Mein Name ist Hans-Jürgen Brunner, ich bin 44 Jahre alt und bin selbstständig tätig im Bereich der Fußballcamps. Ich bin der Trainer der Spielvereinigung Ansbach und meine bisherigen Vereine waren der 1. FC Nürnberg, Allemannia Aachen, VW Wolfsburg, 1860 München und seit 1996 bin ich bei der Spielvereinigung in Ansbach. Und das Saisonziel werde ich gemeinsam mit meiner Mannschaft erarbeiten und wird erst beim Sommerfest bekannt gegeben. Mein Name ist Robert Kovacic, ich bin 36 Jahre alt, vom Beruf bin ich Elektrotechniker, Position, zentrales Hinterfeld, sozusagen Spielmachern Nummer 10, bisherige Vereine. Angefangen habe ich bei Dinamo Zagreb, 1. Liga Kroatien, da habe ich eine Fußballschule ausgebildet gemacht. Danach war ich bei Vartek Swarastin, auch 1. Liga Kroatien, danach Dänemark 1. Liga, zwei Jahre. Und in Deutschland war ich bei Union Berlin, Babelsberg Potsdam, Ubertala SV und Spielvereinigung Ansbach. Bei der Spielvereinigung bin ich seit 2001, mit kleinen Abständen, zwei Jahre war ich weg und seit 2006 bin ich zurück. Das Saisonziel ist klar, mit der Spielvereinigung einmal aufzusteigen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.